Na, na. Kommt der mit? So, endlich mal wieder hier, in der Ebene von Oblivion. Was gibt es besseres? Egal, das ist ein Clannmann oder ein Clann4 oder wie auch immer die Teile heißen. Guck mal, was gibt es hier für Shit? Nichts. Gut. Komm her. Bring it, Sucker. Yay, Schwertkampf hat sich verbessert. War ich der Beste bin. Ich hab noch ne Seele gefangen, Seele gefangen, war ich der Beste bin. So, und wir folgen mal diesen Weg. Wow, noch einer. Hm, die halten irgendwie nicht so viel aus wie ich gedacht hätte. Auch wenn sie ganz schön viel Schaden machen. So. Da hinten haben wir einen Turm. Dieser Turm sieht so aus, als wäre es, von dem wir hinkommen wollen. Ah, ich verstehe. Wir haben auch Schaden, Reflektions, Shit. Also töte ich mich ja prinzipiell selbst. Das ist ja immer nice, sowas herauszufinden. Und auch wenn der eigentliche Weg sicherlich hier links lang geht, will ich erstmal da hin. Mal gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Wow. Wo bist du denn? Der drauf. Du bist ganz schön hässlich. Warte ich nicht mal schlanker. Ach, das Ding ist kaputt. Da ist ein flammerner Ton nach. Und der drauf. Hm. Es könnte Ärger geben. Es könnte Ärger geben. Oh yeah, Bitch. Sieh dir das an. Sieh dir das an, wie viel Schaden du gefressen hast. Nee, du kannst nichts gegen mich unternehmen. Gar nichts. Au, der kann mich aber verprügeln. Das kann ja gar nicht so schlecht. Muss Tränke schlürfen. Muss fast alle Tränke schlürfen, die ich habe. Scheiße. Dann hab ich wieder mal super mitgedacht hier. Na ja, ich habe ja glücklicherweise meinen Ars im Heilungszauber. Mit dem ich mich so sehr heilen kann. Gucken. Wenn ich jetzt ein bisschen zurückrudere. Ab dann bin ich hier nicht mehr in der Nähe, na ab hier, das finde ich schon mal gut, finde ich super. So, dann werden wir jetzt das Flammbadronach da annehmen und dann werden wir hoffentlich in diesen Turm hier eindringen können. Stirb, 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 stirb. Hey! Wo kommst du denn her? Na verdammt, ich habe hier wieder mein anderes Schwert ausgerüstet. Das ist nämlich ein Wachthörer, finde ich, fand ich damals auch immer extrem nervig. Die werden bestimmt jetzt auch noch extrem nervig. So, kann ich rasten? Ja, ich kann rasten. Dann lege ich mir jetzt mal... Ja, scheiß Beschwerungssauber. Damit habe ich ja jetzt abgeschlossen. Ich meine, ich habe, glaube ich, gelernt, dass ich es nicht lernen werde. So, Waffenspiel, die Fertigkeit hat sich verbessert. Ja, ich bin der Krasseste. Daran liegt es nämlich. Du hast das richtige Weg, in dem du einfach da auf die Stachel springst. Okay. Ich würde dich ja nicht aufhalten. Noch irgendjemand? Nein. Wow. Uh. Das finde ich aber unlustig, wenn ihr einfach so angesprungen kommt. Ah, da ist ein Waber. Sack. Bestimmt krasses Zeug drin. Los, Sack. Hm. So. Klingelt mein Telefon. Ich gehe aber nicht dran. Bestimmt wieder irgendjemand, den ich nicht mag. Soll ich später nochmal anrufen. So. Do, 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 do. Noch ein Sack. Fast. Und hier oben gibt es was drinnen. Nichts. Nice. Okay, also habe ich jetzt die Droge geöffnet. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Kann ich doch schon mal stolz drauf sein. Komm, ich stimme, diese ekeligen Zehen aus dem Boden. Bläh. Bläh. Ich hasse sowas. Ich dachte, ich hätte hier die Tore gesteuert. Das ist ein der Scheiß. Das ist ein verarschen. Das kommt noch ein Stückchen höher. Das finde ich ja nett. So, das fände ich dabei. Der Dreherz. Das kann man mitnehmen. Das hilft ein bisschen. Ich darf mich nicht aufspießen lassen. Lalalala. Lalalala. Hier sind wir dieses Tor ins Türme. Mag ich nicht. Gehen wir lieber hier lang. Hier sieht es um einiges sicherer aus. Hier. Bei der Lava. Lava, sagst du? Ja, Lava, sage ich. Nichts, dass das App hier langkommt. Uncool. Warum muss ich da bei diesem Scheiß-Türm lang? Da ist sich das Tor ja anscheinend weigert aufzugehen. Was geht da hoch? Oh yeah. Wie krass ich bin. Ich laufe über ihre Mauer. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Nichts und niemand. Wären wir im Moment, würde ich jetzt einfach irgendwelche Levitations-Zeug einziehen und da hochfliehen. Bam. In their faces. Aber nein, das gibt es ja nicht. Levitations-Tür-Strong. Nee. Au. Ja, ja. Hast mich nur. Ich kann nicht gerade noch so vertrügen. Genau so wie dich. So, dann schnell weiter. Ich hasse diese Türme. Alte schon mal erwähnt. Die sind das Letzte. So. Müssen wir jetzt nicht theoretisch hier gleich bei diesem Turm sein. Jo, ich möchte nur einen pullen. Das ist richtig. Hast du ihn erkannt? Komm her. Komm her. Derr. Derr. Ich werde ihn vielleicht mal wieder aufladen, oder? Mal gucken. Und, um Bfee ist umbereits wieder aufgeladen. Um die Hälfte. Das reicht. Und Seele gefangen. Ich kann noch in den Turm da gehen. Da gibt es bestimmt noch irgendwas krasses. Irgendwas so krasses. Andererseits. Nee. 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 Tür. Ja, wir können Umbra ja nochmal aufladen. Wenn wir es schon haben. Nicht? Umra. Alles komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Solange es nur einer ist, werde ich noch locker mit ihm fertig. Ich habe schon wieder eine Seele gefangen. Ich habe schon wieder eine Seele gefangen. Kann es sein. Kann es sein? Kann es sein? Yay. So, jetzt kann ich ja endlich der da sein. Ich habe schon wieder. Ich habe schon wieder. Nimm die mal mit. Wenn sie schon so was besonderes sein soll. Ach, du bist eklig. Weißt du das? Hey! Gold. Auch mit. Ich kann nicht warten. Ich kann nicht warten. Heal me, bitch. Scheiß, dass ich nur so wenig Mana habe. Na ja. So, wo haben wir denn hier noch einen Gegner? Der glaubt, dass er meiner würdig ist. Warum nicht denn bitte in einem Kampf? Wer kämpft denn bitte mit mir? Ja. Ich verstehe es nicht. Na ja. Klingt mir irgendwas an meinen. Nee, klingt nichts an meinen Arsch. Hm.